so ladies and gentlemen herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming zusammen mit fox 1 nein mit doch fox 1 34 356 sein name leuchtet so schön und mit johnny mit mir ich nils ich habe bei tower defense den dj okay okay cool 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 ja such mal such mal geben such mal ein game bitte und das sind indian mit bogen such mal geben also das ist so hässlich gemacht jetzt das ist so ungemütlich so kalt ich weiß nicht wer der designer ist aber ist cool wir geben das hier okay aha jetzt zählt runter can i join somewhere ja ja alle können rein alle können sein das ist so hässlich aber ist aber heftig geld so hat er gleich geld geld es ist feiert das ist feier komische map gel ich habe eine e mail bekommen ninja folgte jetzt auf twitch dankeschön vielen dank profil ansehen wir gucken uns das profil von ninja an ein follower der kommt folgt bei dem mal jetzt hat er zwei follower das heißt für ihn hat sich der tag gelohnt er hat einen zuwachs von ja das müssen wir schon schaffen ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt ich kenne mich hier überhaupt nicht aus ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt ich weiß gar nicht mehr wie das geht heute kommt ein auto hin aus rot kommt das auto hin da kommen die bösen wir machen sie fertig gemeinsam sind wir stark gut gemacht ich mach gleich nein wir machen bei 400 erst mal zwei alter ist das eine kurze map da ist das eine kurze oha da kommen die nächsten komisch wieso kommen da keine raus ja passt kann ich noch nicht na ne kuss abbrechen erst bei 400 erst bei 400 oder kommen die bösen und 2 noob master herzlich willkommen im game schön dass du da bist jetzt haben wir zwei autos das für den anfang ganz cool wie viele wellen sind das es wäre so schön wenn da einfach hi andre wie geht's dir ich wurde nicht mit teleportiert ja aber die dauert doch das immer ein bisschen länger warte mal vielleicht kommt vielleicht geht ja noch was wir sind ja gleich fertig da kannst du die neue map aufmachen ich mache jetzt erst mal drei stimmt wir sind ja nur zu dritt wir waren ja zu viert ja ich weiß auch nicht ich kann das ich will da gar nichts mehr dazu sagen sondern werde ich jetzt die drei hier mal updaten dann ja jetzt ist er jetzt ist er drin das dauert bei dir einfach nur viel viel länger jetzt ist er drin jetzt ist er drin hier wo es wuchs geld begrüßen aber ich muss mal schnell hier abbrechen also angezeigt wurde angezeigt wurde angezeigt wurde 12 herr wir sind so nein es dauert bei dir bloß ein bisschen ja mach mal ja da fährt mein auto dann schnell 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 fahr sie zusammen schade up get your melee base dankeschön yes sir yes yes sir yes so ist er jetzt da ich mach mal beide auf den hier also fox ist im spiel ersichtlich sein name steht ja da aber ich sehe ihn nicht das habe ich auch noch nicht gehabt habt ihr das schon mal gesehen guck mal in den himmel was ist denn da oben was ist denn das so eine rakete ist das fuchs warte mal ich muss hier upgraden ich muss hier upgraden das ist eine rakete da oben die kommt vielleicht am ende runter also fuchs du bist auf jeden fall im spiel man kann dich nur nicht sehen das habe ich auch noch nicht gehabt das hat wenn es jedes mal so lange dauert das ist ja unglaublich das ist muss man gucken dass wir hier ein bisschen was hermachen Wie Geld habe ich denn, okay? Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon hier. Oh, das ist die DJ. Oh, es ist laut. Ist die Rakete weg, oder was? Oder war das Fuchs? Jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn? Ich mache jetzt hier alle mal auf 400. Oh, das macht so Spaß, das Spiel. Oh mein Gott, hoffentlich kriege ich da keinen... Hoffentlich kriege ich da keinen Claim drauf. Ich stelle mich mal da her. Oh, so viel Musik. Wie heißt das Spiel? Das Spiel... Warte mal kurz, warte mal kurz. In Roblox... Ähm... Tower Defense. Einfach Roblox Tower Defense. Das war mal richtig cool. Jetzt haben sie es so ein bisschen komisch gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Soll ich Farmen machen? Okay, machen wir mal Farmen. Wie schaut's denn aus? Schaut eigentlich ganz gut aus. Hier wäre es sehr schön, wenn hier stehen, der Welle 14 von... Keine Ahnung. 38 oder was. Dass man einfach weiß, wie viele Wellen noch kommen. Das sind alles schon spieltechnische Sachen, wo ich mir sage, unglaublich schlecht gemacht. Uh, jetzt kommen sie aber raus, die Ninjas hier. Oh, da kriege ich wahrscheinlich wieder so einen Claim auf das Spiel. Schlecht, 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 schlecht. Sollte vielleicht mal... Wie schaut's denn aus? Können die alleine schon existieren? Oha, der Scharfschütze. Boah, dicker. Boah. Ich geh mal hierher. Da gibt's keine Musik. Man könnte trotzdem alles sehen. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, ich mach mal hier weiter. Bei 2,5. Ne, ich mach die mal hier auf 1.200. Oh, Hubschrauber haben wir auch schon. Cool. Roblox Tower Defense. Du kannst uns auch einfach nachjoinen. Oh, es gibt... Wir gucken gleich nach. Wenn das Spiel vorbei ist, gucken wir mal. Kein Problem. Wenn es vorbei ist, zeige ich's dir. Wenn's vorbei ist, das Spiel hier, ist die Welle hier. Ich glaub, das sind 40 Runden. Dann schauen wir uns das einfach mal an. Noob Master has voted to skip the wave. Das steht jetzt da wirklich da? Okay. Das hab ich noch nie gelesen. Das ist eine ganz, ganz kleine Map hier. Ich darf nicht so nah an der Musik hin. So, wie viel Geld haben wir denn? Ich würde gerne... Wie schaut's denn? Ja, ich seh halt nix, ne? 60 Schaden macht der. Oh ja, da müssen wir upgraden. Da mach ich jetzt hier mal bei 2.5. Ich spiel das immer noch gerne. Ich spiele nur auf PC, aber ich krieg einen neuen PC. Ja, 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 das ist für PC. Wow, ist das laut. Seh ich halt nix. Warte mal, vielleicht kann ich mich ja da draufstellen. Nein. Nein, ich kann mich da nicht draufstellen. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt kommen die Großen. Das Problem ist, ich krieg auf dieser Musik wahrscheinlich ein Claim. Das ist eigentlich jetzt noch nicht so, ähm, du kriegst bald einen neuen PC. Na, da musst du aber schauen, dass du dann kriegst. Die Preise sind ja echt, bei den Gaming-PCs sind ja echt brutal nach oben gegangen. Wir haben damals einen PC gekauft für Johnny. Für 720. Der kostet jetzt 1200 oder irgendwie sowas. Gut, da ist jetzt, glaube ich, eine bessere Festplatte drin oder so. Über Garantie. Oh, ist so kaputt gegangen. Da muss ich also ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte ja einen PC von Game, äh, Megaport. Dem bin ich heute noch dankbar, dass sie mir, ähm, bei dem Schaden, den ich erlitten hatte, dass sie mir meinen PC ausgetauscht haben. Tanz. Was sind Tanz? Was meins? Ach, Thanks. Okay. Er meint, Thanks. So, pass mal auf. Ich werde mal hier ein bisschen upgraden. Jawohl. Da habe ich schon mal den ersten oben. Fehler liegt beim Verstärker. Was meinst du? Was ist ein Verstärker? Was meinst du? Bei mir im Spiel oder bei dir? Was ist denn ein Verstärker? Ich bin dumm. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich gebe es ja zu. Nils hat öfters eine auf die Birne bekommen und jetzt ist halt ein bisschen der Kopf ein bisschen platt. Das soll Danke heißen auf Englisch. Okay, cool. Alles gut. Das werde ich auf jeden Fall morgen schneiden, das Game und dann gleich hochladen. Dann haben wir mal wieder endlich ein paar Gaming, Community Gaming. Oh, schau mal die Upschrauber. Cool. 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 So, dann werde ich jetzt mal einen, einen Panzer werde ich mal nach oben jetzt machen. Dass wir wenigstens mal einen haben, der richtig cool ist. Weil normalerweise sind ja die Panzer, darum ist der PC kaputt. Okay, ja, meiner ist durch einen Stromausfall kaputt gegangen. Ja, yes, sir, yes. Yes, sir. Mr. Admiral General of disease. Yes. Admiral General. Geht er glaube ich gar nicht. Admiral. Das ist egal. Thanks, go and Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. 26.000 Leute, weißt du, wie viel das ist? Ne, wir sind erst in der Welle 31, ne? Ja, ich hatte ja einen Stromausfall, weil der Besitzer des Hauses das wahrscheinlich schwarz hat machen lassen. Wie immer halt, ne? Oder, nein, darf man nicht sagen, wie so oft. Und der, der nur den Strom hier gemacht hat, hat natürlich keine Ahnung gehabt. Obwohl er angeblich, ich habe mit dem gesprochen. Und, ähm. Ja, junger Mann, lass mich jetzt bitte in Ruhe mein Zeug machen. Und dann war ein Stromausfall da, dann war mein PC kaputt. Ist egal. Jetzt machen wir hier noch ein, noch eine Farm. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, die sind noch gar nicht oben hier. Den brauche ich noch. Die Farm möchte ich noch nach oben bringen. Jetzt habe ich sechs. Jetzt brauche ich noch zwei. 1.000, 2.000 Welle 33. Ja, das schaffen wir schon. Das haben wir doch bisher immer geschafft. Hehehe, das haben wir immer geschafft. So, den hier noch. Ja, super. 1, 2, 3. Jetzt dürfte nichts mehr funktionieren. What? Scheiße, ich habe falsch. Das ist ja falsch. Das ist ja eine Military Base. Die wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eine Farm. Okay. So, jetzt will ich mal... Das war natürlich total dumm. Darum ist der PC kaputt gegangen. Ja, es tut mir leid. Das sind immer schlimme Sachen. Gerade für Gamer. So, Leute. Lasst mal alle ein Like und ein Abo da. Für alle, die ich spielen wollen. Ich werde heute noch länger spielen. Allerdings keine Community Games. Sondern... Dismantle. Hast du die Nacht? Hast du... Nacht... Was? Hast du Nacht 4 in... Weiß ich nicht, was du meinst. Hast du... Ich bin... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin total verwirrt. Hehehe. Ich weiß nicht, was du meinst. Irgendwas mit Nacht. Meint ihr die Nacht egal? Ach Gott, bin ich dumm. Doch, die ist vergünstigt. Die ist vergünstigt. Kannst du machen. Ja, das schafft man locker. Gott ist will. Also, wenn man das nicht schaffen. Sorry. Dann war sie ja nicht, was los ist. Ich war da mal. Wo stellt man das? Das ist günstig hin. Zwei Runden noch, Ladies and Gentlemen. Das... Nein. Nein. Neo, Ellie, nein. Weißt du, ich spiele so viele Spiele. Ich bin halt leider nicht in allen drin. Und gerade bei den Events... So, eine Runde noch. Ich kann da nicht so wie andere, die dann wirklich tagelang ein Spiel spielen. Das kann ich leider nicht. Und ich muss ja immer noch die Videos schneiden. Das heißt, ich kann nicht ein Spiel immer viel spielen, sondern ich spiele es halt lange. Das ist das zweitlängste Spiel, glaube ich, was ich hier spiele. So, jetzt, wenn die 40. und letzte Runde kommt, dann verkaufe ich meine. Farmen. Gibt noch mal ein bisschen Money. So, jetzt gehen wir mal... Ja, das schaffen wir schon. Gottes Willen, jetzt schon. Ich glaube, ich brauche gar nichts machen. Schau dir das mal an. Ah, nee, das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Locker schaffen wir das. Guck mal, der kommt nicht bis zu Fuchsrunde. Niemals. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Da brauche ich, ich habe noch 80.000. Ja, gut gemacht, Chichi. Oh Gott, so schnell kann ich keine Chichi schreiben. Ja, feier die Weier. Oha, das haben sie jetzt geändert hier, das Bild, oder? 500? Schade, dass wir das Bild nicht... Naja, ist egal. Ich will nicht wissen, wie Fuchs feiert. Haha, geil. Ja, da, 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 da. Guck mal, wie ein Feuer. Die, da, die, 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 die. Und ich kriege bestimmten Claim, aber das ist egal, weil ich verdiene sowieso nichts auf dieses Spiel, denn ich habe keine Monetarisierung. Ladies and Gentlemen, danke für das Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Hier mit Fuchs. Vielleicht mit Fuchs. Dann schöne Zeit noch. Euer Nils. Ciao. Da ist Fuchs. Uli. Ja, Sie sehen uns in dem면�压men. Da ist es.